Ja, ich freue mich, dass wir wieder alle hier sind. Wir haben ja hier letzte Woche einen sehr schönen Nachmittag gehabt, einen sehr schönen Abend. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, es hat auch vielen Leuten gefallen. Das war eine sehr schöne Erfahrung, mal ein bisschen länger da zu bleiben. Wir sollten vielleicht so ein Picknick öfter machen. Wir haben uns überlegt, dass wir das gerne nochmal machen würden. Vielleicht nach den Pfingstferien, vielleicht dann noch im Juni. Also dann hat man wieder Gelegenheit, sich zusammenzusetzen und ein bisschen zu unterhalten. Ich denke, das ist ganz wichtig. Wir erleben ja bei all den bedrückenden Erfahrungen, den bedrückenden Erlebnissen in den letzten zwei Jahren, machen wir ja auch tatsächlich positive Erfahrungen. Und wenn ihr da vorne mal aufhört zu quatschen, können mich auch alle verstehen. Das irritiert nämlich selbst mich total. Könnt ihr mal ein bisschen? Okay, super, vielen Dank. Also, wir machen auch schöne Erfahrungen. Wir verstehen uns, wir lernen neue Leute kennen, mit denen wir uns natürlich dann angeregt unterhalten wollen. Das ist ja ganz toll. Ich finde auch, wir haben eine ganz tolle Gemeinschaft bekommen und eine ganz tolle Art, aufeinander zuzugehen. Das hat man auch letzte Woche sehr schön gemerkt. Das ist eine sehr offene Art, aufeinander zuzugehen. Und ja, das ist auch toll, dass viele Menschen hier betroffen sind oder nicht betroffen sind und trotzdem solidarisch sind. Wir hatten ja initial diese Demonstrationsserie angefangen, das hat Annette ja letzte Woche ganz schön berichtet, als Solidaritätsveranstaltung für von der Impfpflicht betroffene Menschen, zunächst im Josefskrankenhaus und dann fortgesetzt. Viele von uns sind betroffen, aber es sind natürlich auch viele hier, die sind nicht direkt unmittelbar betroffen, die sind aber solidarisch oder machen sich einfach Sorgen, was noch kommen wird. Morgen vielleicht sind es schon die über 60-Jährigen, die die Solidarität der Jüngeren brauchen, wenn die Impfpflicht ab 60 im Herbst eingeführt werden sollte. Also es ist ganz wichtig, dass wir jetzt zusammenhalten, dass wir uns nicht spalten lassen, denn die Gefahr der Spaltung ist immer da. Jeder, der aktuell verschont bleibt von der Impfpflicht, ist natürlich froh, seinen Arbeitsplatz nicht zu verlieren. Wir sehen auch scheinbar ermutigende Zeichen. Die Impfpflicht in der Verwaltung von Krankenhäusern oder so scheint nicht durchgesetzt zu werden. Da gibt es Zeichen. Die Leute haben ja nicht mal Patientenkontakt. Warum sollten sie dann die bereichsbezogene Impfpflicht fürchten müssen? Warum sollte das für sie gelten? Wir müssen aber vorsichtig sein mit der Argumentation. Wir dürfen uns die Argumentation der Impfzwangbefürworter nicht zu eigen machen. Die bereichsbezogene Impfpflicht macht nirgendwo Sinn. Nicht in der Verwaltung einer Klinik, aber auch nicht auf der Station eines Krankenhauses. Sie ist und bleibt ein unrechtmäßiger und sinnloser Eingriff in unsere Grundrechte. Natürlich freut man sich, wenn man positive Beispiele hört von Arbeitgebern, die sich für ihre Mitarbeiter einsetzen. Wir haben das hier auch mitbekommen mit der Pathologie in Heidelberg. Der Herr Schirrmacher, der es durchgesetzt zu haben scheint, dass seine Mitarbeiter von der Impfpflicht nicht betroffen sind oder nicht entlassen werden. Wie gesagt, das sind ermutigende und gute Zeichen und ich habe Respekt vor Herrn Schirrmacher, nicht nur deswegen. Und ich finde seinen Einsatz natürlich gut und richtig. Aber wir sollten nicht vergessen, es sollte selbstverständlich sein, dass alle Menschen vor Angriffen auf ihre Grundrechte zu schützen sind. Jeder, der die Sinnlosigkeit der bereichsbezogenen Impfpflicht erkennt, ist auch verpflichtet, alles gegen ihre Einführung zu tun. Ein Mitarbeiter muss sich deshalb nicht bei seinem Vorgesetzten bedanken, weil der versucht, seine Leute zu halten. Aber wir sollten natürlich jeden unterstützen, der sich für Betroffene einsetzt. Und wenn wir plötzlich selber von der Impfpflicht ausgenommen sind, dürfen wir auch keineswegs aufhören, uns genauso weiter gegen die Impfpflicht einzusetzen und vielleicht auch weiterhin jeden Mittwoch hier aufzutauchen. Immer wieder hört man auch die Forderung, wir bräuchten eine Aussetzung der Impfpflicht wegen des zu erwartenden Pflegenotstandes. Natürlich, die Situation in der Pflege wird durch die Impfpflicht verschärft. Aber es sollte uns auch bewusst sein, die bereichsbezogene Impfpflicht darf nicht deshalb ausgesetzt werden, weil man uns braucht. Sie darf nicht deshalb scheitern, weil wir zu Recht Angst vor einem Kollaps in der Pflege haben. Diese Impfpflicht ist ein verfassungswidriger Angriff auf unsere Grundrechte. Allein deshalb muss sie verschwinden und zwar für alle. Es darf nicht sein, dass unsere Grundrechte nur deshalb respektiert werden, weil unsere Arbeitskraft gebraucht wird. Wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, in der unsere Rechte von unserem angeblichen Nutzen für die Allgemeinheit abhängen. Und dann landen wir sehr schnell in einer Gesellschaft, in der wir uns jedes Recht individuell erarbeiten müssen. Zum Beispiel durch Wohlverhalten im Sinne der Regierung. Nur wenn alle Menschen dieselben Grundrechte behalten, leben wir in einer Demokratie. Deshalb treten wir heute nicht gegen einen Pflegenotstand ein. Für den Pflegenotstand und die Schwierigkeiten im Gesundheitssystem sind nicht diejenigen verantwortlich, die in den letzten Jahren alles gegeben haben, damit trotz schwierigster Umstände Patienten und Pflegebedürftige nicht alleingelassen wurden. Die katastrophalen Zustände, den seit Jahren zu beklagenden Mangel an Pflegekräften und Ärzten, den haben andere zu verantworten. Die Verantwortung hierfür tragen Politiker und Inhaber und Leitungen von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen, denen der Profit wichtiger war als eine angemessene Versorgung von Hilfsbedürftigen. Aber wir treten heute für unsere Grundrechte und für unser Grundgesetz ein. Am 23. Mai, also letzte Woche, hatten wir den Tag des Grundgesetzes. Das war nur ein paar Tage, nachdem die Richter des Bundesverfassungsgerichts ihre Verachtung für das Grundgesetz erklärt hatten, indem sie die Impfpflicht für verfassungskonform erklärt haben. Am vergangenen Wochenende feierte man dann in Neustadt das Fest der Demokratie. Mehrere tausend Menschen nahmen daran teil, viele in Weiß, viele auch, die heute hier sind. Als wir vom Marktplatz Richtung Hambacher Schloss aufbrachen, spielte die Band auf der Bühne gerade, die Gedanken sind frei. Es war eine bizarre Situation, da wir schon beim Aufstieg zum Hambacher Schloss damit rechnen mussten, von der Polizei aufgehalten zu werden. Wir durften dann erwartungsgemäß das Schloss auch nicht betreten. Es war nämlich bereits überfüllt. Überfüllt mit einer Handvoll Politiker, ich glaube, es waren insgesamt so 150 Menschen da maximal, Politiker, die die Demokratie lieber ungestört und ohne das Volk feiern wollten. Die Tausenden von Besuchern waren ja auch nicht das Volk, sondern Störer. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, nannte uns einen pulbelnden, demokratiefeindlichen Mob. Ich muss das kurz zitieren. Auf Twitter hat der DGB geschrieben, Reichsbürgern, Querdenkern, Verschwörungsgläubigen, Rechtsextremen und Impfgegnern wurden in das Hambacher Schloss gelassen, um ihren Hass auf Politik und andere demokratische Gruppen freien Lauf zu lassen. Vom antisemitischen Sprüchen bis Holocaust-Relaktivierung war alles dabei. Habe ich nichts von gesehen. Ich war auch dabei. Und weder habe ich Nazis noch Rechtsradikale wahrgenommen, noch habe ich gehört, dass irgendwelche rechtsextremen Parolen gerufen wurden. Tatsächlich waren wir Teilnehmer eines Fests. Aber aufgrund unserer weißen Farben eindeutig als regierungskritisch zu identifizieren. Wir waren übrigens eindeutig in der Mehrheit. Es waren dort genauso normale und friedliche Menschen wie hier, die daran gehindert worden waren, am Demokratiefest auf dem Schloss teilzunehmen. Gleichzeitig feierten sich ein paar Politiker und geladene Gäste auf dem Schloss als echte Demokraten. Dieses Demokratieverständnis ist entlarvend. Demokratie verkommt hier zur hohlen Phrase für die angenehme Begleitung jeder noch so repressiven Maßnahme. Dieses Demokratieverständnis ist nichts anderes als die Rechtfertigung für eine Diktatur, in der eine manipulierte und entmündigte Mehrheit im Glauben gehalten wird, sie wäre der Souverän. Aber souverän kann nur der sein, der freien und leichten Zugang zu allen relevanten Informationen hat. Nur der ist souverän, der vollumfänglich informiert, ohne Druck und ohne Zwang eigene und freie Entscheidungen treffen kann. Und nur der kann souverän sein, dem der Zugang zum öffentlichen Raum offen steht und der sich in gesellschaftliche Diskurse aktiv einbringen kann. Das wären dann wohl wir. Wer aber mit dem Verlust seiner sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen bedroht wird, wer Angst vor Repressionen hat oder dem Verlust seiner Grundrechte, wenn er zögern würde, sich Anordnungen zu unterwerfen, der ist nicht wirklich frei. Und diejenigen, die Zensur betreiben, die uns unter Druck setzen und uns aus dem öffentlichen Raum fernhaben wollen, sind keine Demokraten. Unsere Grundrechte sollten uns unsere notwendige Freiheit garantieren. Wer sich aber heute auf diese Grundrechte beruft, wird nicht nur zum Staatsfeind, sondern nun sogar zum Demokratiefeind. Wer die individuelle Freiheit nicht aufgeben will, die wir in Jahrhunderten seit der Aufklärung in Europa erkämpft haben, dem wird jetzt ein Freiheitsfetisch unterstellt. Ein Freiheitsfetisch, der angeblich die Gesundheit einer Mehrheit gefährde. Damit wird die Freiheit wieder zur Gefahr erklärt. Und die Regierenden sind offenbar fest entschlossen, diese Gefahr zu beseitigen. Lasst uns deshalb genauso entschlossen sein. Lasst uns immer wieder hierher kommen. Und ich wünsche uns allen einen wunderbaren Spaziergang heute. Vielen Dank. Vielen Dank.